Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zum Replay Mittwoch. In der ersten Runde sehen wir Player 1, 2, 3 Destroyer in seinem TS-5 in einer T8-Oni-Runde auf Progorowka. Und zugegebenermaßen, das ist jetzt nicht die optimalste Map für diesen Jagdpanzer. Natürlich, er hat eine sehr gute Panzerung frontal und auch die Unterwanne muss man natürlich auf große Distanz erstmal treffen, denn das ist tatsächlich der Weak-Spot bzw. die kleine Kommandantenkuppel obendrauf. Das ist dahingehend natürlich ein Vorteil, aber der Panzer ist relativ langsam mit 26 km pro Stunde Topspeed und einem Leistungsgewicht von 12,5 PS pro Tonne. Aber seine Kanone ist halt relativ gut. Also er hat eine sehr, sehr gute DPM von 2823, ein Alpha-Schaden von 400 pro Granate, aber sie ist halt ungenau. 0,44 die Genauigkeit, 1,8 Sekunden die Einzielzeit. Die Soft-Stats sind einigermaßen in Ordnung. 248 Penn auf der AP und 300 Penn auf der Heat sind eigentlich auch in Ordnung, aber wie gesagt, sie ist halt ungenau. Die HE hat 60 Penn bei 515 Alpha, er hat einen Stock-Reload von 8,5 Sekunden. Also wie gesagt, da kommt die DPM dann her. Aber halt auch nur 5 Grad Gun Depression und auch einen relativ engen Richtbereich von 10 Grad nach links und rechts. Und trotzdem bewegt er sich hier sehr, sehr mutig in einen Busch, den man normalerweise nur als Scout auf dieser Map anfährt. Aber er hat einen Scherenfernrohr dabei und ich bin jetzt gespannt, was er hier aufmachen kann. Es ist halt, ja, er ist ein harter Jagdpanzer, aber er wird, ich habe ehrlich gesagt den Tarnwert nicht nachgeschaut, aber er wird nicht den besten Tarnwert haben. Aber solange er hier nicht schießt, wird er mit dem Scherenfernrohr auf jeden Fall, wir sehen es schon da oben, gut spotten können den Skorpion G und auch den Pantera und, nein, du schießt jetzt nicht auf den. Wenn du da schießt, gehst du definitiv auf. Ah ja, aber mit HE in den Skorpion! Und er geht nicht auf dabei. Das heißt einerseits, dass auf der Zweierlinie wohl nicht wirklich was steht, was weit vorne ist. Und der Skorpion G natürlich auch in der Bewegung auf die Distanz nicht die beste Sichtweite hat, selbst wenn er den Skorpion G, der Spieler, mit den Optiken spielt. Und er hat natürlich hier durchschlagen, hat sich hier die ersten 519 Hitpoints abgeholt, 493 Support auch schon gesammelt. Der Lüngs halt, es ist ein Radpanzer. Wir wissen ja, die Radpanzer sind nicht unbedingt die besten Sichtweitenwerte. Und da steht er hier mit Scherenfernrohr auf jeden Fall besser da. So, der Skorpion G will es nochmal wissen, geht wieder auf dabei. Und ja, jetzt gucken wir mal, Pantera ist wie gesagt da hinten noch gespottet gewesen. Und ja, der Gegner hat auch einiges an TDs. Also ein Jagdpanther 2, ein Borsig, eine SU-130 zweimal, auch ein gegnerischer TS5. Der war allerdings schon offen. Wo ist denn der gegnerische TS5 gespottet gewesen? Das kann man leider im Moment nicht wirklich sehen. War der auf dem Hügel gespottet? Das sieht danach aus, ja alles andere sieht nicht wie TS5 aus. Ja, ansonsten muss man wohl davon ausgehen, dass die anderen TDs hier auf der 1- oder 2er Linie stehen. Und da muss man jetzt erstmal so ein bisschen abwarten, bis die da hinten eventuell die Geduld verlieren. Und er dann hier den Spot liefern kann für den eigenen Skorpion G, für den WZ, für die SU-130, den T-44. Und ja, also der AT15 da hinten auf A2, der ist dort völlig nutzlos. Denn selbst wenn Player 1, 2, 3 hier Ziele spottet, der AT15 wird da hinten nichts beschießen können. Jetzt zählt auch nicht die Ausrede, dass der AT15 langsam ist. Er ist, ich weiß jetzt nicht genau wie langsam er ist. Er wird ungefähr in ähnlichen Bereichen liegen. Ach guck mal, da ist der Panthera wieder. Er wird in ähnlichen Bereichen liegen wie der TS5 hier. Und selbst wenn er langsamer ist, das Gefecht läuft mittlerweile über 4 Minuten. Er hätte also auch mittlerweile genug Zeit gehabt, dort nachzurücken. So, 2 TDs, der Jagdpanther und der Rheinmetall. Ach guck mal, Stridswagen habe ich auch noch vergessen. Jagdpanther und Rheinmetall hinten am Hügel gespottet. Er hat jetzt tatsächlich, hast du jetzt wirklich kurz überlegt, ob du hoch auf E1 in den Busch fährst? Alter, das ist schon mutig mit dem Panzer. Wenn du da aufgehst in der Querfahrt, dann bist du schneller weg, als du Garage sagen kannst. Also man kann ja eine mutige Position angehen. Und ich habe das ja auch letztens erst in einem Video mit der Runde in meinem T10 auf Minsk behandelt. Aber man sollte es nicht übertreiben. Und hey, guckt mal, wer da ankommt. Der AT15 hat den Motor und das Gaspedal gefunden. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also, ähm, der fährt jetzt. Ohne Tarnung, das ist auch wieder so ein Punkt, aber okay. Okay, okay, er fährt. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin sehr gespannt. So langsam, wenn da hinten was steht, müsste er auch offen sein. Im Moment kommen da noch keine Schüsse. Jetzt bin ich, ich bin echt gespannt. Also der Pantera ist ja definitiv noch irgendwo dort. So, es kommen immer noch keine Schüsse auf den AT. Da geht der Pantera auf, ja. Der wird jetzt den AT definitiv gespottet haben. Aber es steht da nichts oder steht... Okay, jetzt geht's los. 450, das wird eine Suh gewesen sein. Dort ist der VK75. Da kann er erstmal schön in, ja, in die Unterwanne. Kein Problem mit dem Penn werden. Und da geht die, äh, geht der AT15 raus. So, der ist jetzt gekettet. Die beiden SUs werden da hinten stehen. Und, ähm, die werden vermutlich irgendwo in dem Wald bei JK3 stehen. Und werden deswegen nicht gespottet werden. Und der AT15 hat da leider die beiden nicht aufgemacht. So, nochmal 429 auf dem Pantera. Beim VK75 könnte Turschosser mal Schaden mit dabei gewesen sein. Von daher wird er jetzt auf jeden Fall deutlich über 1000 Schaden auf der Uhr haben, denke ich mal. So, drüben am Hill waren halt der Chrysler. Und ich hab jetzt nicht aufgepasst, was es noch war. Aber vor ihm wird vermutlich noch der Defender stehen und die beiden SUs. Und halt der Pantera. Das Problem ist, dass der Pantera von da oben ihn spotten kann. Und er sich nicht, ähm, ungesehen weiter nach vorne schleichen kann. Dass er vielleicht hinter das Frack oder an das Frack der, ähm, das AT15 kommt. Uh, tau. Oh, okay, das war nicht komplett sein Spot-Damage. Den hat noch jemand anders mitgespottet. Da hat er jetzt nur drei Mal ein paar zerquetschte rausbekommen. Interessant, wie weit die SU da im Schutz der Büsche sich vorarbeiten kann. So, jetzt nicht zu weit hochfahren. Der Progetto... Okay, hat sich erledigt. Und jetzt robbt... Es ist interessant, wie er hier mit dem Panzer jetzt als Scout spielt. So, wieder das Scherenfernrohr angehen lassen. Vielleicht bekommt er den VK 75 auf. Ne, sieht nicht danach aus. Der wird sich vermutlich wieder ein Stück nach hinten verlegt haben. Beim Defender gehe ich im Moment auch felsenfest davon aus, dass der hier auf der Linie steht. Weil der auch mit dem VK 75 und dem Chrysler im Platon ist. Der Chrysler ist jetzt drüben am Hill alleine gespottet. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Defender auch irgendwo hier hinten beim VK 75 mitsteht. So, jetzt steht 8 zu 7. Und was wir halt auch hier sehen ist, es ist eine Runde auf Prokhorovka ohne Arti. Und das endet meistens in der Kämperei. So, der Pantera geht raus. 477 Spotting. Dort ist der Defender. Der dürfte ihn dann nicht spotten. Wobei... Jetzt sind beide wieder zu. Interessant, dass er die dadurch die Büsche nicht aufbekommt. Ich würde jetzt vorfahren. Scheiß auf die SU-130. Ich würde jetzt einfach knallhart vorfahren. Denn... So langsam fällt auch der Hügel. So, da ist der VK. Ah, er hat auf HE umgeladen. Okay. Bekommt wieder fast 400 Spotting. Ist bei 2.2 und 1000 Damage. Ja, und jetzt... Jetzt nützt nichts. Jetzt muss er vor. Damit man hier hinten die SU und den Defender wegräumt. Und dass man sich dann noch den T-44, den Chrysler und... Was ist das andere noch? Den Rheinmetall. Der Borsig. Ja, jetzt wird er auch schon angepingt. Dass er hier mal fahren soll. Er hat halt im Moment die beste Kombination aus Panzerung und Sichtweite. Der Alpin-Tiger ist zu weich. Der WZ ist zu weich. Der T-44 ist zu weich. So, hallo Defender. Ah, das meine ich mit der Kanone. Also, die Kanone des TS-5 ist halt echt so... Die ist trollig. Also, ich mag den nicht so unbedingt, den Panzer. Die Penn-Werte reichen aber für die Unterwanne vom Defender. Er bekommt wieder gutes Spotting und auch noch ein bisschen Schaden ab. Er ist jetzt bei 3.100 Spot Damage, 1.500 Schaden selber gemacht. Also, Schaden selber gemacht. Für den 8er TD noch nicht wirklich mega gut. Aber vom Spot natürlich. Die Position ist einfach mega geil. Dass das so gut hier funktioniert, das sieht man, glaube ich, auch nicht aller Tage. So, SU-130. Er hat wieder auf HE umgeladen. Und das gefällt mir so gut, dass er hier die Munition so relativ schlau einsetzt. So, der T-44. Na, SU. Wo bist du? Na gut, sie kann natürlich... Da ist sie. Die SU nimmt den T-44 raus. Oh, schön. Er kettet sie. 459 mit HE. Sie verschießt. Tschüssi Kowski. Erster Kill. Und da hinten... Ja, der Chrysler. Krass. Ist der wieder von Berg runter gefahren? Er muss halt aufpassen. Da ist halt noch der Bohrsäk. Der T-44 vom Gegner ist halt durchgefahren. Und er fährt jetzt einfach drauf. Ja, was soll's. Beim Stand von 12 zu 9. Volle Hitpoints noch. Der Chrysler... Okay, da steht er. Kein Problem. Was machst du denn jetzt? Auf HE umladen. Ich hätt's mit AP versucht. Der Chrysler hat auch mit APCR sehr, sehr große Schwierigkeiten. Er muss halt versuchen, die Unterwanne zu treffen. Und selbst dann... Ich weiß gar nicht genau, was die Premium-Pen ist auf dem Chrysler. Es ist aber nicht allzu viel. 198-Pen auf jeden Fall. Die Standard-Durchlagskraft auf dem Chrysler. Und jetzt einfach gib ihm... Ich glaube, er spekuliert drauf, dass er den Bohrsäk noch vor die Kanone kriegt. Und da ist natürlich HE auch wieder sehr, sehr lecker. Und das will er sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. So, der T-44 im Norden scheint sich wieder zurückverlegt zu haben. Er guckt jetzt hier. Hm, na, hm. Er ist gespottet. Also entweder steht hier rechts jemand. Ja, wobei, nee. Das... Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Bohrsäk wird ihn vom Hügel aus gespottet haben. Und er wird ihn da, wenn der Bohrsäk gut steht, auch nur schwer aufbekommen. Die Frage ist jetzt eigentlich, welche Kanone hat der Bohrsäk drauf? Und geht er auf beim Schießen? Ah, ist der Chrysler. Okay, er fährt einfach eiskalt rüber. Aber er macht da richtig. So, kriegt er ihn noch? Nach ihm. Und Schuss. Jawohl. Sehr gut. Kill Nummer 2. Er geht natürlich auf dabei. Das ist jetzt keine große Überraschung. Jetzt frage ich mich gerade, hat der Chrysler ihn bei der Anfahrt zum Übergang gespottet? Oder steht der Bohrsäk halt hier oben irgendwo im Busch? Ja, er steht da oben irgendwo im Busch. Hat die lange Kanone drauf? So, drehen, 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 drehen. Ah, schade. Die HE in den Bohrsäk hätte ich jetzt schon noch gern gesehen. Und jetzt ist eigentlich nur noch die spannende Frage. Ach, ja. Okay. Wo ist der T-44? Und der steht auch noch da oben. Auch der mit APCR jetzt. Also alle Gegner, die auf ihn geschossen haben, haben mit APCR geschossen. Warum auch nicht? So, und jetzt ist eigentlich, entweder cappt jetzt jemand durch. Oder der T-44 geht raus. Er wird ihn nicht mehr bekommen. Und dafür ist er zu langsam. Dafür müsste er jetzt hier über den Berg drüber. Und das bei einem Leistungsgewicht von 12,5 PS pro Tonne und 26 Kilometer pro Stunde Topspeed. Der T-44 geht raus von der SU-130 und sie gewinnen das Gefecht hier. Und er macht hier im TS-5 einfach mal 3800 Spot Damage. Hier sehen wir die Auswertung. Es hat natürlich, oder was heißt natürlich, es hat halt für das Panzerass nicht gereicht. Spot Damage wird halt, glaube ich, nur zur Hälfte in XP quasi berechnet. Das heißt, er ist halt nur halb so viel wert wie selber gemachter Schaden. Und vom selber gemachten Schaden war der Wert jetzt halt nicht so hoch, dass es dann insgesamt für den Panzerass gereicht hat. Trotzdem mal eine interessante Runde zu sehen, was er mit so einem Panzer machen kann, wenn dann die Runde auch passt. Erste Klasse, er bekommt den Speer, das Wirkungsfeuer, 2142 Schadenspunkte selber gemacht. Das ist für den 8er TD auf jeden Fall in Ordnung. Zwei Kills, 1264 Erfahrungspunkte Basis. Wir sehen also schon, insgesamt sind sogar 4769 Spot Damage. Also auf jeden Fall richtig gut Spot. Das sieht man halt auch in den Basiserfahrungspunkten. Aber man sieht halt auch, dass dieser Spot Damage nur zur Hälfte in die XP-Berechnung eingeht. Und da reicht es dann halt einfach nicht für das Panzerass. Auch wenn 1264 Erfahrungspunkte eigentlich schon relativ gut ist. Ich vermute mal, dass es ganz knapp am Panzerass vorbei ist. 2100 Schaden selber gemacht. 320 sind an der Panzer auch nicht durchgegangen. Kein Premium bekommen. Trotzdem 65.000 Credits plus. Es ist halt ein Premiumfahrzeug, das dürfen wir nicht vergessen. Und insgesamt 1390 Erfahrungspunkte. Zweite Runde. Und wir sehen Peacekeeper zu. Er sitzt im Tier 10 TVP T-5051. Das ist der Tier 10 Medium-Panzer bei der Tschechoslowakei. Oder bei den Tschechen. Bei den Tschechen. Nicht Tschechoslowakei, sondern bei den Tschechen. Tier 10 Runde only auf Tundra. Und das Ganze hier ist ein Autoloader-Panzer mit 4 Granaten im Magazin. Das gesamte Magazin braucht Stock 25 Sekunden zum Nachladen. Zwischen den Granaten sind es 1,5 Sekunden. Und dieser Intra-Clip-Reload, der ist schon ziemlich nice. Potenzialer Clip-Damage 1280. Die Kanone hat eine Genauigkeit von 0,35 Stock. 2,1 Sekunden Einzelzeit. 248 Pen auf der Standard. Das ist APCR. Und Premium ist Heat mit 310 Pen. Das ist solide. Das ist in Ordnung. Für den Autoloader auf jeden Fall. Und er ist auch mobil genug, um hier auf den Hill zu fahren. 60 Kilometer Topspeed. 20 rückwärts. 25 PS pro Tonne das Leistungsgewicht. Und kann hier schon... What? 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 Alter, das ist ja mal ein richtig beschissener erster Clip gewesen. Er wollte eigentlich auf die Bat-Chat... Der erste Schuss, keine Ahnung, wo der hingeht. Der zweite Schuss-Bounce. Der dritte Schuss-Bounce. Also der zweite und dritte Bounce an anderen Panzern. Und der letzte macht dann endlich Schaden. Das ist natürlich echt ätzend. 8 Grad Gun-Depression hat die Hütte. Panzerung nicht wirklich. Also deswegen muss man hier aufpassen. Jetzt ist er nachgeladen. Erster Schuss auf die Bat-Chat. Zweiter Schuss setzt er gar nicht erst mehr an. Er geht hier natürlich auf dabei. 1800 Hit-Points. Und was so richtig gut ist... Die Kiste hat 410 Meter Stock-Sicherheit. Das war mir gar nicht so bewusst. Also die Sichtweite auf dem ist richtig, richtig gut. Also eine Optik ist eigentlich Pflicht auf dem Teil. So, er konnte dem 260er... Ich glaube 2 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder waren es sogar 3? Es waren, glaube ich, 3, wenn ich das richtig sehe. Er setzt bei 1600 Damage. Und es läuft im Moment ganz gut, weil die Gegner sind ein bisschen abgelenkt. Die sind mit den Gegnern vor ihm beschäftigt. Und dementsprechend kann er hier relativ gut arbeiten. Und jetzt haben sie hier auf dem Hill schon mal eine Position erreicht. Von der aus der Gegner es tatsächlich relativ schwer hat, was zu machen. Jetzt kann er sogar schon mal so langsam anfangen, sich hier in diese kleinen Lücken links an den Stein zu stellen. Und vielleicht zu versuchen, von oben runter zu wirken. Oder er spekuliert drauf, dass die Objekte nochmal kommen. Ne, jetzt bewegt er sich hier an die Lücken. Hallöchen, Objekt 140. 1, 2, 3. Okay, 3 von 4 in Schaden umgewandelt. Auch das war wieder ein guter Clip. Es ist keine Artie da. Dementsprechend kann er hier auch stehen. Das muss man auch wissen. Denn wenn man hier steht und zu weit vorfährt, dann kann die Artie einem auch treffen. Und das kann halt in so einem tschechischen Panzer auf jeden Fall wehtun. Und ich bin mir immer noch sicher, ob es ein tschechischer oder tschechoslowakei ist. Dafür fehlen mir jetzt ehrlich gesagt die Geschichtskenntnisse. So, 1, 2, 3, 4. Wieder ein schöner Clip in die Grille 15. Leicht über normal gewürfelt. Ist jetzt schon bei 4000 Damage hier. Und hat schon einen Kill. Also dieser Clip in die Grille, der war lecker. Und er hat bisher auch keine Heat gebraucht. Und jetzt geht es weiter in den Panzerkampfwagen 7. Und auch den kriegt er... Oh, ist das 1, 2, 3, 4, 1029. Auch den wieder ganz, ganz leicht über Durchschnitt, den Clip. Also das ist natürlich genau das, was du haben willst. Wenn du im Grunde 2 Clips fast komplett in den Gegner bringst, dann hast du... Dann hast du den Grundwert in der Runde schon mal geschafft. Und dann noch hier ein bisschen mal eine Granate. Da ein bisschen eine Granate. Und ähm... Ja. Und der Clip-Reload, der ist angenehm. Also mit 25 Sekunden Stock. Was dann halt effektiv so 21 Sekunden, 22 Sekunden sein dürften. Ist das echt angenehm. So, das Objekt, willst du noch mal wissen, wird gekettet. Und man muss auch hier sagen, gerade der zweite Schuss von ihm, der hat sehr, sehr glücklich getroffen. Weil das Fadenkreuz war noch relativ weit offen. Die Soft-Stats auf der Kanone, die sind okay. Aber auch nicht mega, mega, mega gut. Ähm, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Aber, was soll's. Schaden ist Schaden. Und jetzt kann er hier die Mobilität ansetzen. Den Gegner flankieren. Bekommt er auf den FV noch... Oh, der ist noch voll. Ja, nett. So, jetzt nicht mehr voll, aber... Eins. Zwei. Bekommt den Kill. Geht er jetzt in den... Er geht nochmal in den Reload. 6.700 Schadenspunkte. Es steht 14 zu 3. Der Gegner hat überhaupt keine Chance. Jetzt ist es noch der E50M da oben. Der hat noch 343 Hitpoints. Na, aber er hat noch einiges an Clip-Reload hier übrig. Was macht denn der? Der guckt überhaupt nicht auf ihn. Na komm, kriegt er noch den... Ja, komm, den Kill kriegst du noch. Ja, nein! Jawoll! Die 334 Hitpoints kriegt er noch. Und damit endet er hier mit 4 Kills und über 7.000 Damage. Hier sehen wir die Auswertung. Er bekommt mit dieser Runde das Panzerass. Er bekommt das Großkaliber. 7.100 Damage. Und wir müssen uns mal vor Augen führen. Die Runde lief, ich glaube, insgesamt keine 5 Minuten. Und es... Ja, 15 zu 3. Also eigentlich eine ziemliche Vernichtung des Gegnerteams. Und er hat trotzdem geschafft, so viel Schaden aus dieser Runde herauszubekommen. Das ist schon... Das ist schon nicht schlecht. Also er hat natürlich an einer guten Position gestanden. Er hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Runde für sein Team so verläuft. Aber trotzdem, bei so einer schnellen Runde, gerade in einem Autoloader, kann es halt schnell mal passieren, dass man dem Schaden hinterherfährt. Oder dass man in den Momenten, wo man Schaden anbringen könnte, gerade im Nachladen ist. Und das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. 4 Kills, 1.278 Basis-Erfahrungspunkte, 302 Support. Es waren, glaube ich, alles Standardgranaten. 57.500 Credits plus aus der Runde. Tagessieg, 3.834 Erfahrungspunkte. Schöne Runde. Wir sehen noch mal 4, ja, ganz knapp unter 5 Minuten. Also hat er auf jeden Fall gut gemanagt, da so viel Schaden rauszubekommen. Und ja, also da waren ein paar leckere Clips dabei, die man dann in so einem Panzer auf jeden Fall sehr, sehr gerne hat. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt gerne eure Meinung zu beiden Gefechten in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Parsifal, Kulle, Küttö, Danny, 122er, Eirendal und Xynam. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.